Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Bibelandacht. Es ist schön zu wissen, dass du da bist und dass wir gemeinsam Gottes Wort betrachten können. Heute lese ich aus dem Philippabrief, Kapitel 3, die Verse 12 bis 14. Hier schreibt der Apostel Paulus, Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was dahinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Hier umschreibt der Apostel Paulus das Leben mit Jesus als ein Leben voller Dynamik und voller Veränderung. Da gibt es keinen Stillstand. Da gibt es keine Gleichgültigkeit. Da gibt es keine Selbstzufriedenheit. Nur konsequent, dass Paulus das Leben mit Jesus mit Bildern vom Hochleistungssport beschreibt, wo es darum geht, dem Ziel nachzujagen und den Siegespreis zu erringen. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel. Diese Kompromisslosigkeit des Paulus, ja diese Kraft, diesen Kampfgeist und diese Dynamik wünsche ich mir. Wir müssen aber auch daran denken, dass Paulus diesen Philippabrief aus dem Gefängnis schrieb. Er befindet sich auf sehr engem Raum, aber sein Herz ist weit. Er ist voller Energie und Freude für Jesus. Er weiß sich als ein Läufer im Wettkampf des Glaubens. Paulus wusste aber auch, dass er mit diesem Lauf nicht auf sich selbst gestellt ist, sondern er sagt deutlich, ich möchte ihn erkennen, Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, hier in Vers 10. Also kein Hochleistungssport, der uns alles abverlangt, der unsere Kräfte aussaugt, der uns zermürbt. Nein, es ist nicht belastend, nicht erdrückend, sondern vielmehr diese frohe Feststellung und Erfahrung, ich laufe aus der Kraft der Auferstehung, ich möchte ihn, Christus, immer mehr erkennen und das heißt auch gleichzeitig, dass ich die Kraft und die Motivation und die Energie von Christus empfange. Ja, Christus ist mein Ansporn. Ich laufe in ihm, ich laufe mit ihm und ich laufe aus der Kraft der Auferstehung. Durch die Kraft der Auferstehung werden wir von Neuem geboren. Durch die Kraft der Auferstehung werden wir auch geistlich wachsen. Die Kraft der Auferstehung verleiht uns nicht nur das neue Leben, sondern hilft uns auch bei der Entfaltung des neuen Lebens. Deshalb ist es auch so unvorstellbar, dass jemand von Neuem geboren ist und immer noch sein altes Leben in der Sünde fortsetzen will. Römer 6 sagt ein klares Nein zu solch einer Haltung. Diese Kraft der Auferstehung ist es auch, die Paulus bewegt, motiviert, verändert und weiterbringt. Und auch wir dürfen diese Kraft der Auferstehung erleben, jeden Tag aufs Neue. Jesus selbst, seine Kraft, seine Energie will uns bewegen, motivieren und verändern. Paulus gebraucht hier vier Begriffe, die wir uns heute näher anschauen wollen. Er spricht zuerst vom Ergriffensein. Dann schreibt er über das Ergreifen. Er spricht über das Vergessen. Und dann über das Ausstrecken. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Zuerst geht es also um dieses Wort ergriffen. Es geht um dieses Ergriffensein. Ich bin von Christus Jesus ergriffen. Das macht Paulus sehr deutlich. Paulus hatte das ganz massiv erlebt, wie eine Hand nach ihm griff. Vor Damaskus hat diese Hand ihn vom hohen Ross heruntergeholt. Er lag auf dem Boden und war blind. Er war auf dem Weg nach Damaskus, mit allen seinen Plänen in den Taschen, dort die Christen aufzuspüren und zu verhaften. Er war ein grausamer Christenverfolger. Ob die Christen damals für ihren Feind gebetet haben? Was sie nicht wussten, ist genau das, was Paulus später im Galaterbrief in Kapitel 1, Vers 15 schreiben wird. Gott hat mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen. Gottes Hand lag auf diesem Mann Saulus. Und dann geschah es. Jesus begegnete ihm. Von einem grellen Licht geblendet, hörte er Jesus, wie er zu ihm sprach. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saulus muss erkennen, wer sich gegen die Gemeinde stellt, stellt sich gegen Jesus Christus selbst. So sehr identifiziert sich Jesus mit seiner Gemeinde. Wer die Christen verfolgt, stellt sich gegen Jesus. Darum ist auch alle Christenverfolgung im Grunde genommen Christusverfolgung. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Ein Bild, das Paulus so oft gebraucht, wenn er von der Gemeinde spricht. Ich glaube, dabei hat er immer wieder seine eigene Bekehrungserfahrung vor Augen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer gegen die Gemeinde, ja, wer gegen die Christen ist, stellt sich Jesus Christus selbst in den Weg. Gott kann in das Leben eines Menschen überraschend eingreifen. Die Bekehrung des Paulus zeigt uns, der, der heute noch unser Feind ist, kann morgen schon unser Bruder sein. Die Gnade Gottes ist so gewaltig. Darum lasst uns nicht aufgeben zu beten für Menschen, die sich gegen Jesus und gegen seine Gemeinde stellen. Nein, lasst uns für sie beten. Wir sollen sogar die Feinde segnen. Dazu sind wir berufen. Paulus bekam dann sehr schnell zu verstehen, dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, das er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und das Volk Israel. Apostelgeschichte 9, Vers 15 Hast du das in deinem Leben auch erlebt, wie diese Hand nach dir gegriffen hat? Gab es eine Situation, wo du ganz von Jesus ergriffen warst und gar nicht mehr anders konntest, als nach dieser rettenden Hand zu greifen? Oder ist jetzt der Augenblick, wo er nach dir greift und sagt, komm mit, ich will dich führen. Lass dich von Jesus retten. Verpasse diese Gelegenheit nicht. Und dann greift ja diese Hand immer wieder neu nach mir. Das Wort Gottes, das ich in der Predigt höre oder in der Bibel lese, hat diese zupackende Wirkung. Es kann auch sein, dass Jesus durch andere Menschen, durch unsere Glaubensgeschwister oder durch besondere Ereignisse nach mir greift. Es kann in einem Gebets- oder Bibelkreis geschehen, da wo wir mit anderen Glaubensgeschwistern Gottes Wort studieren. Mehrere Augen entdecken immer mehr in der Heiligen Schrift als nur zwei Augen. Darum ist das gemeinsame Studieren und der gemeinsame Austausch so wichtig. Wann hast du diesen Zugriff von Christus das letzte Mal gespürt? Oder merkst du gerade jetzt, wie er dich anpackt und dich begeistern und mitziehen will? Ich bin so froh, dass Jesus immer wieder die Initiative ergreift, dass er zupackt und nach uns greift, damit wir wieder neu von ihm ergriffen sind. Christen sind Menschen, die von Christus ergriffen sind. Christus ist ihre Freude. Christus ist ihre Stärke. Christus ist ihr Thema. Christus ist ihre Leidenschaft. Wir dürfen darum bitten, dass wir eine neue Erfrischung hierin erleben. Lassen wir uns doch von Christus wieder neu ergreifen. Da, wo es lahm und träge zugeht, da dürfen wir beten, dass wir ein neues Ergriffenwerden von Christus erleben. Dann geht es um das Ergreifen. Vom Ergriffensein kommt es zum Ergreifen. Paulus sagt, ich jage dem aber nach, dass ich es auch ergreife. Dieses Ergreifen bezieht sich dann auf das Leben mit Jesus. Und auf die vielen Möglichkeiten, die ein Leben mit Jesus uns geben. Ja, es kann sein, dass wir Risiken eingehen müssen, die wir ganz im Vertrauen auf Jesus gehen. Es können Erfahrungen sein, wo wir aus unserer gemütlichen Komfortzone herausgezogen werden, wo wir plötzlich ganz alleine dastehen und unser Vertrauen ganz auf Gott, ganz auf Jesus werfen. Es kann Situationen geben, wo unser Vertrauen auf Gott ganz neu geprobt wird, wo uns alles genommen wird, wo wir uns nur noch auf Jesus und auf seine Hilfe, auf seinen Beistand werfen und sagen, Herr Jesus, du bist alles, was mir bleibt. Wenn mir auch alles genommen wird, Herr Jesus, dich habe ich und mit dir rechne ich. Mit Jesus lassen sich so viele Möglichkeiten und Erfahrungen ergreifen. Die Frage ist, sind wir bereit, sie zu ergreifen? Oder haben wir es uns so gemütlich eingerichtet? Sind wir so erstarrt in unseren Traditionen, dass wir nicht mehr Erlebnisse mit Jesus machen? Ich sage es noch einmal, es kann sein, dass Gott dich ruft, dass er dich ergreift und dich herauszieht aus einer ganz bestimmten Komfortzone, wo du das Vertrauen auf Jesus ganz neu lernen musst. Wenn du für Gemütlichkeit und Bequemlichkeit bist, dann wird Jesus dich schon in Ruhe lassen. Schauen wir uns das Leben des Paulus näher an. Ja, er war von Christus ergriffen, aber jeden Tag neu wusste er, ich möchte ihn neu ergreifen, ich möchte ihn neu erleben in den verschiedenen Situationen meines Lebens. Er erlebte die Führung durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Wir wissen, er war Missionar, darum auch ständig unterwegs, aber er war ganz abhängig von der Leitung des Heiligen Geistes. Ich denke da an den Schritt in der Missionsarbeit nach Europa, nachdem lange nicht klar war, wie es weiterging. Oder den Weg nach Jerusalem, obwohl er wusste, dass er sich dort in die Höhle des Löwen begab. Oder den Weg als Gefangener nach Rom, der ebenfalls dem Plan des Herrn entsprach. Paulus nahm die vielen Chancen, die sich ihm boten wahr. Ich erinnere an das Gespräch mit dem Politiker Felix oder die Ermutigung der Schiffsbesatzung mitten in der Seenot. Ich denke aber auch an die intensive Begleitung seines jungen Freundes Timotheus. Paulus wurde sein Mentor, sein geistlicher Begleiter, ja, ein Vater im Glauben. Paulus erlebte die Kraft der Auferstehung von Christus auch bei einer schweren gesundheitlichen Einschränkung, die seinen Dienst wohl beeinträchtigte. Er sprach von einem Stachel im Fleisch. Paulus hat nie konkret diesen Stachel benannt oder erklärt. Dieser Stachel im Fleisch schließt somit alles ein, was uns oft einengen oder begrenzen will, sei es innere Nöte, Anfechtungen, Krankheiten, Einsamkeit, Erinnerungen an unschöne Erfahrungen. Sie drücken uns nieder. Alles kann so ein Dorn oder so ein Stachel im Fleisch sein. Dreimal bat Paulus, von diesem Dorn im Fleisch erlöst zu werden. Doch Jesus sagte zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12, Vers 9 Paulus erfuhr die Kraft der Auferstehung Christi Paulus erlebte die Kraft der Auferstehung von Christus auch darin, dass sich zerbrochene Beziehungen in seinem Umfeld erneuerten. Denken wir etwa an Johannes Markus, von dem er sich im Streit trennte. Aber später hören wir, dass die Beziehung zu Johannes Markus wieder in Ordnung kam. Später bittet Paulus Timotheus sogar, Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. 2. Timotheus 4, Vers 11 Paulus stand dazu, dass er auch falsche Einschätzungen und Sichtweisen hatte. Hätte er doch bei Johannes Markus mehr Barmherzigkeit gezeigt. Sein Onkel Barnabas wollte ihm ja eine zweite Chance geben, aber Paulus wehrte sich. Ja, Paulus war in seiner Art nicht immer einfach, aber seine Einstellung zu Johannes Markus änderte sich. Wie oft gehen wir auseinander aufgrund von Missverständnissen oder aufgrund von Vorurteilen. Wie schön, wenn dann mit der Zeit Korrektur und Einsicht eintritt und wir Dinge und Menschen plötzlich in einem anderen Licht sehen. Da darf viel Versöhnung und Vergebung geschehen. Ergreife die Möglichkeiten. Lass dich hineinnehmen in die Kraft der Auferstehung, die uns verändert, formt, gestaltet, uns immer mehr Jesus ähnlicher werden lässt. Sei von Christus ergriffen und ergreife ihn immer wieder neu, jeden Tag, während du mit ihm unterwegs bist. Erkenne Möglichkeiten, die er dir schenkt. Erkenne die offenen Türen, durch die du hindurch gehen kannst. Kommen wir nun zu dem dritten Wort, Vergessen. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Ja, Paulus verwendet noch viel drasterische Worte. Er kann sagen, was hinter mir liegt, war alles Dreck, war alles Abfall. Ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. In den Versen 4 bis 7 dieses Kapitels stellt Paulus einen Mülleimer auf, in den er alles hineinwirft, was mit seinem früheren Leben zusammenhängt. Sein ganzes altes Leben, das sich auf Selbstgerechtigkeit aufbaute. Alles, auf das er vorher stolz sein konnte, war nach der Christusbegegnung einfach nur Müll. Er erkannte, seine Rettung beruhte nicht mehr auf seinen Leistungen. Es war der Glaube allein, Christus allein, die Gnade allein, die ihn zu einem Nachfolger Jesu machten. Was wirft Paulus nicht alles weg? Schauen wir uns die Verse 4 bis 7 genauer an. Paulus wirft sein Stammbuch auf den Müll. Er ist ein Israelit, Angehöriger des Volkes Gottes aus dem Stamm Benjamin. Darauf konnte ein Jude stolz sein, aber für Paulus zählte das nicht mehr. Seine Sprachenzeugnisse wirft er fort. Hebräer von Hebräer, also der hebräischen Sprache mächtig. Die Urkunde seiner Beschneidung kommt fort. Beschneidung, der ganze Stolz der Juden, das Aushängeschild. Aber jetzt ist es Müll. Für Paulus ist es jetzt Abfall, Dreck. Es hat keine Bedeutung mehr. Weiß Paulus doch jetzt um eine andere Beschneidung, die viel tiefer und entscheidender ist, die Beschneidung des Herzens, die Erneuerung unseres Lebens durch Christus. Ebenso sein Examenzeugnis. Zehn Jahre lang hatte er unter Gamaliel der berühmtesten theologischen Kapazität seiner Zeit studiert. Und auch die Mitgliedskarte im Orden der Pharisäer kommt zum Altpapier. Alle diese Ehrenurkunden wirft er fort. Diese wichtigen Dokumente, die andere einrahmen oder im Tresor verwahren, landen bei Paulus im Mülleimer. Als Paulus Christus gesehen hatte, als er sein Heil, seine Gnade und Gerechtigkeit erkannt hatte, da wollte er von allem anderen nichts mehr wissen. Die Offenbarung Christi war für ihn eine so überschwenkliche Erkenntnis, dass er das vorige alles für Schaden hielt, ja sogar für Dreck. Was ihm zuvor so wichtig gewesen war, nämlich Jude zu sein und Schriftgelehrter, am Fleisch beschnitten und eine moralische Instanz war hohl und wertlos für ihn geworden, im Gegensatz zu alles übersteigenden Erkenntnis Christi. Als Paulus Christus erlebt hatte, verlor alles andere seinen Glanz. Als er Jesu Liebe sah und die Bedeutung seines Kreuzestodes, da verblassten alle menschlichen Frömmigkeitsübungen. Als Paulus die rettende Gnade Gottes verstand, da war alles, wonach Menschen so sehr trachten, für ihn nur noch Müll. Von da an wollte er nur noch eins, nämlich Jesus Christus gewinnen. Er war bereit, alles andere zu verlieren, aber Jesus Christus war sein Schatz. Da fallen mir gleich die zwei Gleichnisse ein, die Jesus in Matthäus 13 erzählte. Da lesen wir von einem Menschen, der unerwartet einen verborgenen Schatz in einem Stück Ackerland gefunden hatte und es heißt da, in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Oder wir denken an den Kaufmann, der eine schöne Perle fand. Da heißt es, als er aber eine ganz kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Genau so erging es dem Paulus. Wer ist dieser Schatz? Wer ist diese Perle? Die Antwort ist ganz einfach. Der Schatz ist Jesus. Die kostbare Perle ist auch Jesus. Wenn du Jesus gefunden hast, verkaufst du alles, was du vorher besessen hast. Du gibst es alles hin, um den einen Jesus Christus dein Eigen zu nennen. Deine Herkunft, deine Selbstgerechtigkeit, dein Stolz, deine Leistungen, deine guten Werke, deine Almosen, deine Gebetsrituale, deine Kerzen und Kruzifixe, deine Pilgerfahrten, Kreuz- und Jakobswege, Meditationen und Askese, so gut und ernst, wie alles gemeint ist, taugt es doch nicht vor Gott. Darum lass es alles fahren, wie Paulus es tat. Paulus sagte, damit ich in ihm, in Christus erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Vers 9 Paulus will seine ganze Vergangenheit vergessen. Wie geht es dir? Vielleicht denkst du zu viel zurück. Denke daran, deine Vergangenheit steht unter dem Blut Jesu, sie ist vergeben. Strecke dich viel mehr aus nach vorne und das ist auch unser nächstes Wort, ausstrecken. Paulus sagt, ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Es ist jetzt wichtig, dass ich nach vorne schaue, dass ich mich nach dem Ziel ausstrecke. Als Läufer darf ich nicht zurückschauen. Ich darf mich auch nicht ablenken lassen. Ich muss nach vorne schauen, mit voller Konzentration auf das Ziel hin. Paulus will damit deutlich sagen, dass er noch nicht das Ziel erreicht hat. Paulus war der wohl hingegebenste und reifste Christ, der je lebte. Nach seiner Begegnung mit Jesus bewirkte er für das Reich Gottes sehr viel. Er war ein Evangelist, ein Gemeindegründer, ein Lehrer, ein Hirte, ein Vater in Christus und dennoch schrieb er, ich habe es noch nicht erlangt und bekannte freimütig und ohne Umschweife, dass er das Ziel noch nicht erreicht hatte. Er ist noch nicht vollkommen, er ist noch nicht in der Vollendung, er ist noch nicht am Ziel. Er kennt genauso wie wir die alltäglichen Kämpfe. Er wusste, dass alle Erkenntnis Stückwerk ist. Er wusste, dass man immer noch mehr zunehmen kann im Werk des Herrn. Er wusste, dass Gott immer noch mehr Licht und Erkenntnis schenken möchte. Er wusste, dass Christus uns jeden Tag noch größer und noch herrlicher werden kann. Diese Erkenntnis machte ihn demütig. Diese Erkenntnis schützte ihn vor geistlicher Arroganz und half ihm, motiviert weiterzulaufen. Geistliches Wachstum beginnt mit der Erkenntnis, dass du noch nicht da bist, wo du sein sollst. Solche, die meinen, sie hätten bereits geistliche Vollkommenheit erreicht, sehen keinen Grund, im Lauf voranzukommen. Das sehen wir auch in konkreten Alltagssituationen. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Da kommt Kritik. Wehre ich mich? Oder sage ich mir gut, dass mir das gesagt wurde? Ich möchte doch dazulernen und weiterkommen. Ich prüfe gründlich, was an der Kritik dran ist. Ich möchte mich verändern. Oder mir geht das Geld aus. Ich muss sparen. Plötzlich fange ich an, mich mit anderen zu vergleichen. Vielleicht werde ich neidisch und eifersüchtig, aber ich erkenne sofort, das ist nicht der richtige Weg. Fort damit. Ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und ich sage mir, hänge dich nicht am Geld. Mach dir keine Sorgen. Er ist doch da, der für dich sorgt. Auf einmal kann ich das, was geschieht, als Chance zum Training betrachten. Alles dient dazu, den Blick auf das Ziel zu lenken. Vergiss das Ziel nicht. Du hast es noch nicht erreicht. Wir sind immer noch unterwegs. Wir sind immer noch Lernende. Vergiss nicht, wozu du auf der Welt bist. Es geht um nichts weniger als um den Siegespreis der himmlischen Berufung. Es ist Jubel im Himmel über jeden, der das Ziel erreicht. Wir kennen das Bild. Ein Läufer hebt seine Arme in die Luft als Zeichen, dass er die Ziellinie überschritten hat. Genauso herrscht Jubel im Himmel, wenn ein Läufer nach dem Anderen eingeht. Und wir wissen, dieses Rennen laufen wir in Jesus Christus, in ihm, mit ihm, in der Kraft seiner Auferstehung und nicht in unserer eigenen Kraft. Darum von Christus ergriffen sein. Christus. Er muss deine Leidenschaft sein. Er ist unser Herz Schlag. Er ist unser Ein und Alles. Auf Grund von Christus können wir auf vieles verzichten. Auf Grund von Christus hat einiges an Wert verloren. Ich will mich nicht mehr an die Dinge festhalten, die mich ablenken wollen. Ich will auf Christus schauen. Ich will Christus mehr und mehr erkennen. Ich will von Christus ergriffen sein. Lass dich auch immer wieder neu von Christus ergreifen. Durch sein Wort, durch Gebet, durch Begegnungen, durch besondere Erfahrungen, durch Situationen, in denen dein Glaube geprüft wird. und dann wollen wir zugreifen. Wir wollen zugreifen, wo sich Möglichkeiten auftun zum Dienen, zum Lernen und zum Wachsen. Lasst uns vergessen, was dahinten liegt. Unsere Vergangenheit steht unter der Vergebung Gottes. Alles, was uns früher so wichtig war, woran wir unser Herz hingen, hat alles keinen Wert mehr. Kannst du mit Paulus sagen, vieles ist für mich Abfall und Dreck geworden. Ich möchte nur noch Christus. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Auch dieses Wort haben wir bereits betrachtet und es kommt aus diesem Philippabrief. Ja, wir sind immer noch Lernende, wir sind jünger, wir sind immer noch unterwegs, wir laufen noch, darum habe Christus vor Augen, halte dich an ihm fest und laufe und du wirst auch mit ihm über die Ziellinie laufen. Das wünsche ich uns allen. Gott segne uns. Amen. Ins Lebensbuch geschrieben hat der Herr auch meinen Namen. Als Zweifel bleibt mich keine Furcht, ich bin von Gottes Amen. Ich weiß, ich weiß, alles ich weiß, mein Name steht, wer steht hier schrieben da.